Ja, willkommen zu unserem ersten Video, das wird nämlich ein Let's Play von Elseworld sein und ich bin heute hier am Start mit Kenan, oder auch Noxfr, der Name ist immer doch der Beste, und André, SL Dark Angel, und mein Name ist Michi, willkommen. Warum? Also ich hab wirklich fast keine Ahnung von Elseworld, also, Entkennen, oder? Die hab ich dafür. Ja, Elseworld, komm, komm, komm. Okay. Oh, retten wir! So. Geile Anmoderation, alle. Also, wir müssen hier zum Nohaze. Nohaze? Okay. Ja, ja. Der, äh, ich weiß nur ein bisschen so die Charaktere, ich spiele Ara. Ara? Ja, genau, Ara. Ja, ja, Ara. Danke, Genan. Oh, wow, what the fuck war das? Ähm. Ah, scheiße, ich hab den Zeug jetzt draufzunehmen. Ich bin eine... Scheiß drauf. Äh, ich hab einen Speer. Speer. War das? Ja, eine Speerkriegerin. So, ich bin jetzt für zwei. Raven. Wo seid ihr, Mann? Ja, sag ich ja. Raven, nicht Raven. Ja. Wir sind am Nohaze, du musst diesen Tobi, oder wie er heißt, Karotel machen. Wow, geil, Leute, wie schnell die ist. Äh. Wo seid ihr? Ich dachte, hier ist mal Tobi. Äh, wir sehen uns gegenseitig nicht. Ach so. Ah, das ist ja GG-mäßig. So, ich kann... Warte, Leute, 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 Leute. Äh, ich kann jetzt in einem Dungeon. Ja, warte, wir müssen uns alle in die Gruppe holen. Ich find die geil. Warte, wir müssen uns alle in die Gruppe holen. Wuuu. Also, ja, ich... Ich hab' meistens jetzt LOL und so, aber... Ey, komm mal, Mannsdorf Ruben. Komm mal, Mannsdorf Ruben. Komm mal, Mannsdorf Ruben. Wir müssen uns nochmal mal Gruppe stellen. Warte mal, M. Ich mach' mich mal, M. nochmal Level 3. Scheiß drauf, jetzt kommen wir mal... Wecken. Komm, Mannsdorf Ruben, dann mach' mir eine Gruppe. Ich bin schon unterwegs. Ja, ah ja, ich kann nicht... So, perfekt, da. So, und nehmen wir an. Sehr gut. Ähm, ja. Will ich wirklich eine Freundschafts-Anspackel von dir? Ja, die möchtest du. Die möchtest du. Okay, okay, dann. Okay. Okay, wir wollen's. Sehr gut. So. Okay, warte, ich komme. Uh, eine Gruppe. Oh, geiler Schein. So, jetzt muss aus die Schwurtel kommen. Also, ähm... Oh, einmal annehmen. Dankeschön. Hey, wir haben doch gesagt, das... Das machen wir nicht. Ja, wir haben gesagt, das machen wir nicht genau. Keiner, Alter. Ja, ja. Keiner, Alter, machen wir, ey. Was läuft denn wieder bei dir? Okay, mach das. Das ist unsere Quest, ne Elsbaum, oder? Ja, ja. Achso, wir müssen jetzt anfangen. Ja, ja, wir machen das jetzt zusammen. Okay, passt. Tötet sie, Allah! Uh, 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 ich bin so cool. Fight that. Fight that. Fight that. Fight that. Fight that. What the fuck? What the fuck? Mama! Sing wie leicht. Hey, was ist doch mit? Das ist mega geil. Ja, mach die, mach die Tür kaputt. Okay, bin dabei. Ah, ja. Hat's, ne? What the Iris, was sind das für Kombos? Was ich da machen kann? Tja. Schon geil irgendwo. Los geht's. Eins, zwei, links, links, eins, x, x, runter, x, was? Also leute, ich hab keine Lust mehr. Ich hämmer nur, ich hämmer nur auf meine, auf meine, auf meine, Dich auf, du, ich auch. Dich auf! Dich auf! Oh, dich auf! Oh, dich auf! Oh, dich auf! Ok, das wird ein Video sein, was wir, glaube ich, nicht ausstrahlen unter das Rost schneiden müssten. Wow, geil. Ach, da ist ja schon der Boss. Ah, ah, ich nehme A drücken und jetzt S. So, alle noch drauf. Schatten. Ach, da schneegst du, oder? Aber da kommt noch was, da kommt noch was. Da ist noch was, da ist noch was. Ah, das ist ein... Ein Hund. Ein Po-O. Hier, Pumby. Geh wieder. Zu deinem Flex-Snappchen. Komm. So. Clear. Boah, wir sind zu stark zurzeit. Ja, ja, das ist zu heftig, aber. Zeiss, hallo. Ich bin auch noch da. Hey, nein, ich bleibe ab. Warum leuchtet es hier so und ich nicht? Nein, wir sind nicht level up. Ich habe nicht level up. Ohne Scheiß. Ey, ich habe S. Alter. Ich habe auch noch nicht. Ich habe A. Wahrscheinlich wieder. Ja, A. Weil der mir fehlen. 40. Nein, 39. XP. Warte, der Anhänger stark. Geil, ich habe direkt eine Waffe für Alice's. Nice. Nice. So was. Für Alice's. Ja, ich bin nicht Alice's. Dieser Quest existiert nicht für dich. Ich benötige 12.000 Rum, um diese Kessel zu öffnen. Ja, F*** nicht. So, nächstes Dungeon. Einmal annehmen. Hab ich. So richtig hart an den Arsch. 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 Im Darsch-Kanal. Ja, super. Was redest du überhaupt? Ja, ich weiß, ich weiß. Was geht los mit dir heute, Alter? Ja. So richtig, richtig auf Arsch bist du heute. Irgendwie konzentriert. Obwohl du das eh immer bist, aber... Danke dir. Auf Arsch. Also, liebe Frauenwelt, Alter. Ich bin ein ganz gemeiner Kerl. Ja, genau. Ah. Du bist... Hahahaha. Halt! Oh Gott, Alter. Ha, ich kann in der Luft bleiben. Tsa, 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 tsa. Tadadada. TBERGER SHIPBOWS Maokai verbrennen. Maokai ist hier. Ja, Maokai war da. Was hat Maokai zu suchen? Attacke, Attacke. Attacke, Baum. Attacke. Ich sehe nichts. Ich sehe nur Zahlen und Zahlen. Ich auch. Und Zahlen und weitere Zahlen. Und Gemetzel. Warte. Warte. Warte, warte, warte. Ich will auch so schlagen. Und jetzt sollte ich mal zurückgehen und alles holen, was ich hier zu spät habe. Wow, Alter. Alter. Was? Draven hat er. Oder Draven sozusagen. Oh, ha, 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 ha. Der Bruder von Draven. Oh Gott. Hast du jetzt gerade gesagt? Da packt er die Ratte. Ach so, eine Ratte. Da ist nach oben noch eine Ratte. Hey Leute. Warte. Ach so, greifen wir gleich in den grossen, ne? Hey, du Ratte. Da, 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 da. wildernessen. Ah nicht. Alles, mal raushauen. Ah, wui. Eduld. displayed. iniciación. Ich hab eine, ah, ich hab eine, S. Ich hab S bei Gegentreffer. Ja, S plus sogar mit Kingdom. Äh, ich hab eine Kanone für Tchung. Für Tchung. Kannst du an meinem großen Account geben. Was ist Tube? Ein anderer Charakter. So. Aber ihr könnt auch die Quest abschließen, obwohl ich der Leiter bin. Ja, ja. Okay, gut. Hey, ich habe eine Abenteuer-Tasche bekommen. Ich auch, stell dir vor. Ich habe sie jetzt ausgerüstet. Ich skipp immer diese Scheiß-Dinge, Alter, wenn die sprechen. Du auch, Michi? Ja, ja. Klar. Als ob ich mir das auch nicht würde. Gott, Alter. Oh, das ist mal. So, sorry. Skill-Punkte. Okay, ich muss jetzt nur, äh, die irgendwelche töten. So, ich habe neue Schwerden. Fotoräuber brauche ich jetzt. Waffen-Upgrade-Stein. Ja, geht noch mal auf Karl, oder? Skills investiert die mal auf, dann... Ich mache ja auch eine Quest fertig. Jop. Das soll ja, das Skills sollte ich auch. So, wir müssen jetzt zum Nordsee. Ja, bin schon dabei. Ach, du bist schon da? Ja, ich war da die ganze Zeit. Warte mal eine Sekunde. Wartet doch! Ihr Schwuchtel! Sehen und Sehen nicht dort, auf dem Scherf. Ach ja. Hier sehen wir uns nicht, aber in den anderen Dingen. Obwohl, manchmal sieht man sich auch nach den... Ne, hier im Nordsee nicht. Das ist nur bei der, äh, das fängt bei der Robo-Gedenklücke an. Da sieht man sich. Wo sind diese Poros? Da sind diese Poros, ein bisschen weiter. Ungefähr beim... Wir müssen nur die Poros... Ja, nur diese Poros brauchst du. Ja... 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 Ich hab alles... Ich hab die Quest-Frecken... Soll ich mal jetzt zurück ins Dorf? Ja... Der kleine Kampfstachel! Der Riesen-Kampfstachel! So easy, sorry. Von hinten gesehen! Oh Gott... So, das verkaufen... Skippen, 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 skippen. Öff, ein Interessant. Ellers ist immer noch die Hesse. Hecke weg, oder? So, neue Dungeon. Wird abgebrochen. Warte kurz, ich muss noch skillen. Warte, ich muss noch skillen. Warte, ich muss noch skillen. Ja, kannst du dann immer noch machen. Nee. Geht auf. Ich kann auch grad nicht skillen, alter. Kein Problem. Aber... Ah, jetzt kann ich wieder. Komm jetzt, dann. Nein, ich hab kurz abgebrochen. War's einfach kurz. Entschuldige. Riesen-Heap oder Trudes-Zorn? Keine Ahnung, was besser aussieht. Ha, 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 ha. Ja, das wird stärker sein. Okay, okay, jetzt können wir dann los. Oh nein, das ist Schwertieb 1200%. Dann nimm das. Okay. Okay. Aber warte mal, die Attacke ist mal fünf, das heißt, ich nehm das. Also... Nein, warte noch. Boah, Alter. Warte doch. Man sieht einfach, wie geil es mit dir ist zu spielen, Alter. Halt jetzt die Klappe, Alter, und es stirbt gleich einfach. Das ist ein Typik. Das Ei. Steht da. Jawohl, der andere startet. Nebel, gesund. Wo ist der Nebel hier? Hallo? Nein. Start. Wow, wo bin ich? Uh, mehrere Marokkeis, die wir sitzen müssen. Sehr gut. Ey, Antti, mach mal Todes-Zorn, wenn du zweimal diese Aufladungen hast. Mach das mal dann, ist viel geiler dann. Wie kann ich mich jetzt auch verwandeln, oder deswegen? Was? Kann ich mich jetzt auch verwandeln, oder deswegen? Siehst du oben links unter deinem Bild? Das sind doch so drei Kugeln, ne? Ja, genau. Ist eine Rot davon? Äh, ne. Oder Lila oder... Lila sind sie ja bei mir. Ja, Lila oder so, ähm... Gesteuerung, Gesteuerung. 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 Uh, Geist. Ey, ist ja voll die Ari, Mann. Ja, wirklich. Ari gegen Maulkkeis. Hohoho. Nur um ist einer. Aua. Okay, Leute, ich mach gleich auch. Ah. Ich mach's gleich, wenn alle drei bei mir sind. Ja, ich hab alle drei schon, ich mach's beim Boss. Ich brauch's jetzt gleich. Bei mir ist auch was spezielles, wie bei Chung. Sieht ja richtig geil aus, oder? Sie fahren nur mehr, woher ich nach Ari. Ja. Töten sie alle. Oh Gott, 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 oh Gott. Ach du Scheiße. Ich hab alle drei. Ich hab grad keine, aber in 900. In Anfang zu tun halt. Ich tue es. Für die Ari hier. Ja. Dort danach kommt der Boss, dann zeig ich mir meine Aufforderung. Sehr gut, die kenn ich schon. Die kennst du schon? Ja, hab ich ja Raisen am Anfang. Ich hab das so viel. Boah, ich sieh geil leider. Die ist viel geiler als Ray. Weil sie Brüste hat. Ja, genau. Boops. Boops, voll über. Boah, der hier ist bisschen gepanzert da. Machst du hier nicht? Nope. Der ist etwas gepanzerter, weil er dieses Symbol oben drüber hat. Michi, wie laut hast du denn den Sound? Was? Wie laut ist dein Sound? Weil manchmal sind die laut eingestellt schon. Ja. Nicht, dass man da nicht mehr uns hört. So. Keine Ahnung. Jetzt möchte ich jetzt alle auf, äh erstmal alle auf Kinder achten. Da. Ich hab einfach angefangen, okay. Boom, alter, nice. Der Scheiß ist anders. Bam. Und fertig. Guck dir meine Fähigkeit an, alter. Äh, ich hab noch kein Opfer kommen. Unfair. Ups, das ging ins Lehrer. Die Musik ist hier richtig geil, Leute. Die ist schlecht. Und was hab ich jetzt? Komm, S. Komm, gib mir S. Jawoll. S. Ich hab A. Mano. Ja, weil du schlecht bist halt. Ha, ha, ha. Piss dich. So, jetzt mal gucken. Ja, jetzt. Was macht das? Äh, lass mal bei anderen ein paar Sachen verkaufen, ey. Ja, ist doch sofort da. Verkaufen, warum? Ja, Sachen, die du nicht brauchst. Bring Geld. Mal verkaufen. Okay. So, gelaufen. Hey, Arne. Ja, ja, ich weiß, wie du bist. Ja, du gehst auf sie und dann gehst auf Laden und dann unten rechts im Fenster verkaufen. Äh, achso, aber ich hab abgehört geklückt. Ich bin klug. Ja, gut. Du bist zum Noahs, ich geh schon mal dahin. Wie kann ich jetzt was verkaufen? Jo. Was? Da, ich kann verkaufen. Sehr gut. Das hier, ja bitte. Das hier, ja bitte. Das hier, ja bitte. Bitte. Boah, wie komm ich bald, oder? Oder Geld? Boah, ich hab das hier gesagt. Ich fühle dich nicht als etwas Besonderes. Ich fühle dich als etwas Besonderes. Sag mal deine Mama! Ha, 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 ha. Na, Drachenzahn, natürlich, was sonst, Alter. Drachentüter, ne? Ja, ey, Drachentüter. Bin doch nicht irgendeiner. Oh, ne, LL. Und, und, wie kann ich das? Ah, ja, jetzt D. Full of D, oder? Was soll ich jetzt noch machen? Fluchtplan, der... So, nice, gell. Fluchtplan ins Binders. Boa, Noahssee. Ach, das ist ein ganzer Schluss. Ah, doch, durchrennen. Ah, ja. Hm. Ah, das ist noch Poro, Alter. Oh, oh, shit. Schauen wir mal, was D macht. Ding. Uh. Wow, Drachentüter. Ich hab die Quest Bandit mit einem Schlag. So, ich hab sofort alle drei mit Macht angegriffen. Kogma. Ist das jetzt so okay. Ich hoffe, es fast gar nicht. Ah, ha, ha, ha. Du bist auch ein Weih. Ich bin auch ein Weih. Na, klar. Aber das für ein geiles... So, ich hab jetzt nicht gefert bekommen und level ab. Ah, no homo, no homo, no homo. Nein, ich hab zwar eine schöne Frau. Ich hab jetzt nicht gefertigt. In Daisy, Alter. Ah, Leute, wir müssen nach Dorf-Elder jetzt. Habe ich schon. Bin schon da. Bist schon da. Ach, nach Dorf-Elder. Ja, ja. Ich bin grad nach Dingen zurückgegangen. Jetzt ist die Quest nach Dorf-Elder zu gehen. Ach, Mann, oh. Wohin muss ich jetzt? Robo-Gedenkbrücke. Äh, wir müssen Robo-Gedenkbrücke, also auch ganz nach rechts. Okay, ich laufe. Und laufe, denn solange ich kann, laufe es weiter. Warte, Fug. Oh, wohin muss ich da? Oh. Ja, ich bin ja aber viele Leute. Dachte ja nicht, dass ich so viele Leute spiele. Ich bin ja so viele Leute, ja. Vor allen Dingen hochrangigam. Ah, ich hab's nicht jetzt geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Leute, weißt du noch, wie lange... Ja, eben. Ich wollte grad fragen. Was dann? Wie lange geht denn die Folgen schon? Keine Ahnung, wurscht. Ich wusste, dass du das so sagst. Keine Ahnung. Schau's drauf. Oh, ich muss... Ich sollte aufpassen, ja, mit 20 Minuten oder so ungefähr. Ja. Aber wurscht, wenn ich länger aufnehme. Ist jemand bei Layla? Nein, ich bin fremisch hier gerade. Und wo seid ihr? Da, wo ist man oder? Wie denkst du? Wir können ja, wir können ja Dings dann zerteilen. Also, ist auch okay. Komm, mal mein Drachentüter. Da. Nice. Hm, warte, hey, ich warte auf dich. Schau mal ein Speer an. Und Andre, mal wieder kein Zweifel. Fickt euchs doch alle. Nee, nee, ich hab kein Doppel. Ich muss ganz nach rechts gehen, wie mal. Hey, Andre, du weißt immer noch nicht, wie das Spiel funktioniert. Du musst einfach ganz nach rechts gehen. Ja, ja, ja. Boah, meiner greift aber schnell an. Nee, wir haben's gleich. Boah, wie gepanzert ist der? Ja, egal. Wie gepanzert ist doch egal, ich mach einfach mal ein Drachen. So, einer, ja, ab. Ja, doch, ja. Ja, doch, ja, ich hab. Nicht so gut, oder? Ja, super. Jetzt, doch, man, doch, älter betreten. Das mal zurück. Ja, ich hab's auch. Warte, wir müssen aber auch noch irgendwelche Feldvertrauen aufbauen. Ach da, wart ihr das da? Ja, ja. Hey. Ich geh jetzt mal zurück, doch, älter. Warte, ich helfe ihm mal, sonst braucht es zu lange. Das stirbt denn auch. Ja, ja. Ey, ich hab, wir können direkt hierbleiben. Wir müssen nochmal den Quest machen mit zwölf Leuten. Nee. Doch. Ja, müssen wir, ich weiß. Aber das, ich mach mal was anderes. Ey, ich muss mal kurz ins Dorf Elder eintreten, dann kannst du wieder zurück. Ich muss zum Hoffmann, glaub ich. Nee, Dungeon, Leute, Dungeon Auftrag. Sehr gut. Bei euch auch? Ich kann's nicht starten. Ich, ich, ich müsste starten. Ich hab ein geiles Schwert, Alter. Ich hab ein richtig geiles Schwert. Wirklich? Ich hab noch gar nichts getan. Aber erst Black 8, ja. Ah, okay. Go. Perfekt. Da steht er eh auf dem, auf der Brücke. Nachtwald. Wir müssen den Nachtwald besiegen. Ich glaub nach diesem, äh, nach diesem Land, ich kann's mal ne Pause einlegen. Ich glaub, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie lange die Folge schon geht. Ja, elfmal. Okay, werd ich machen, Alter. Ich mach auch mal. Aber dann wieder, dann starte ich wieder. Okay. Ja, da, hat's. Hau. Jawohl, Level out. Alter, alter. Ey, André, du hast ja noch meinen Drachen für das Spiel nicht gewinnen. Ich zeig dir gleich meinen Drachen. Aha, aha. Haha. Der hat verstanden. Ich glaub, ich steig so was. Weil so ein Baum, oder ein Pilzbaum, oder was auch immer das gerade ist. Das ist eine Mischung. Das ist eine Mischung. Das ist schon was Spiel zum Baum. Das ist gut. Hä? Ach, das ist so ein Waldgeist. Weißt du, sie ist ihr Leicht? Ja, ich schaffe ihn nicht. Ja, ich schaffe ihn nicht. Ja, muss man go machen. Die zählen auch als man sagt. Schau mal. Oh, ich hab verfehlt. Haha. Oh, der Einer ist doch da. Jetzt mit Chang explosiver Verfolger, alter. Krieger. Wer macht die Tür kaputt? Ich. Ich. Ey, küs. Komma. Viel zu spät, alter. Drachen wird das gleich. Siehst du, der Baum ist tot. Ich geh doch nicht dahin, wo ich schon gehen würde. Ich geh nicht. Oh. Voll kräht und so. Willst du gehen? Ich bin hier. Ich muss nur kurz. Was werfen wir mal oder was? Ha? Haben sie. Könntet ihr 50 Sekunden warten? Nein. Diese Antwort von beiden Seiten. Oder ein paar Sekunden. Nein. Ich bin gerade im Park. Da ist Racer oben. Mit dem Reger da oben. Ja, ja. Passt doch seine Ulti auf. Sie ist gefährlich. Ja. Denn wir sind alle Art Ability Power. Wechsel die Waffe. Geht doch. Direkt auf den Boss. Oh, ich habe so Angst vor diesem. Achso, das ist ein End. Das ist kein D. Das ist ein Ender. Warum, weißt du? Achso, das ist ein Ender. Achso, der Ari ist da. Boom, 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 boom. Mein, oh, wow, massive damage, Alter. Und Nachdangriff. Und fertig. Ich gehe da jetzt noch Weyga. Dann sind wir auch noch fertig. Die sterben jetzt sowieso. Oh, geil. Ich pack mit der Kamera in den Boden. Oh, ich kriege den Ah. Ich auch. Ein Ah. Er kriegt sein Ah. Oh, sorry, ich muss mich, ich strecke mich gerade mal. Da koste es schon wieder bei dir. Hattig. Oder Timo. Was? Ah, Timo war schon wieder bei dir. Er wird geht's mal. Ich weiß nicht, dass ich jetzt Pause einlegen. Ja, klar. Aufnahmepause. So, das war mal der erste Teil unseres Let's Play L3. Also, wenn es euch gefallen hat, bitte lasst ein Like da. Oder abonniert uns. Und wir hören uns später. Bis bald.